Die Sieger des Elevator-Pitch-BW-Finales 2016-2017 stehen fest. Ich sage herzlichen Glückwunsch zu Platz 1, dem Team von Memetis. Bei mir sind Marcel Gültig und Christoph Wessendorf. Toller Wettbewerb hier heute. Sie sind der Sieger. Was war der Auslöser für die Idee? Das ist vielleicht erst mal die wichtigste Frage, die wir am Beginn dieses Interviews klären wollen. Ja, vielen Dank. Das sind drei Ingenieure, die haben während ihrer Forschungszeit am KIT, also während ihren Promotionen, mit diesem Material, mit diesen Formgedächtnislegierungen zu tun gehabt. Und während dieser Zeit haben wir das Potenzial kennenlernen dürfen und erkannt, das dieses Material hat. Und irgendwann haben wir uns gesagt, naja, wenn wir das nicht umsetzen, dann dauert es vielleicht noch zehn Jahre, bis das wirklich marktreif wird. Und eigentlich wäre es schade um die vielen tollen Anwendungen, die wir damit realisieren können. Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht und uns alle natürlich. Wie sieht denn jetzt nun die Idee aus? Wie lässt sie sich am besten und vor allem in einfachen Worten beschreiben? Nun, es gibt einfach ein Problem mit herkömmlichen Technologien, die Bewegung verursachen. Sie lassen sich nicht beliebig klein verkleinern. Und wir ermöglichen mit dieser neuen Technologie Formgedächtnislegierung, dass sie sich auf aller kleinsten Bauraum verwirklichen lassen. Also wir ermöglichen Bewegung und große Kraft auf aller kleinsten Bauraum. Herr Wessendorf, wie geht es jetzt weiter mit Ihrem Startup? Jetzt haben Sie hier den ersten Preis abgeräumt. 3000 Euro Preisgeld, natürlich auch eine Menge Bekanntheit in den kommenden Tagen und Wochen. Was sind die nächsten Schritte? Wir hatten unseren Pitch eigentlich schon ganz gut abgeschlossen mit drei wichtigen Punkten. Wir haben Pilotkunden, wir haben Umsätze und wir fangen mit einer Serienproduktion an. Und das ist auch so ein bisschen das, was die nächsten Schritte in den kommenden Monaten ein bisschen definieren wird. Wir werden ganz stark damit zu tun haben, die Serienproduktion aufzubauen, einfach da auch eine gute Produktqualität zu gewährleisten. Und gleichzeitig aber auch an weiteren Entwicklungen für unsere Pilotkunden zu arbeiten, um dann auch entsprechend zu wachsen. Und jetzt kommt die wichtigste Frage des Abends. Was passiert mit dem Preisgeld von 3000 Euro? Wird das weggefeiert oder investiert? Das ist auch eine sehr gute Frage. Wir werden uns eher für Ersteres entscheiden. Traditionell machen wir eigentlich immer so einmal im halben Jahr ein Teambuilding-Event, ein Team-Outing. Wir gehen wandern oder sowas und unser Team ist ein bisschen größer geworden. Und diesmal werden wir es auch glaube ich so machen, dass wir nicht nur im Gründerkreis, sondern auch mit den anderen Kollegen einfach mal irgendwo hinfahren, ein paar ruhige Tage verbringen und ein paar ganz andere Ideen entwickeln werden. Wer fest arbeitet, darf auch fest feiern. Alles Gute für die Idee. Viele Grüße an das Team. Und ich hoffe, dass wir Sie irgendwann auch mal an der Börse oder an welchen Himmeln auch immer wieder sehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.